Und was ist da draußen passiert, Lieutenant? Ich habe sie noch nie so erlebt. Sie tötete Griffin. Wer? Alma. Sind Sie sicher? Ich bin mir über gar nichts mehr sicher. Sich mit angepissten, toten Mädchen rumschlagen, hatte ich mir nicht vorgestellt. Dann suchen wir doch diesen... Snake Fist. Wir sollten uns hier aufteilen. Keegan, die Wunde? Sind Sie sicher, dass Sie fit sind? Ich werde es durchstehen, Lieutenant. Gut, also das hier ist Aufklärung. Fangen Sie keine Kämpfe an. Beckett geht mit mir. Keegan! Dein Einsatzkumpel! Wir sehen uns später. Denk dran. Aufklärung. Keine Sorge, Hercie. Ich bin nicht schießwürdig. Also Beckett, suchen wir Snake Fist. Es wird immer besser. Was will er in einer Grundschule? Egal. Lass uns rein da. Keegan, melden. Nichts zu berichten bis jetzt, Lieutenant. Außer noch einen Migräneanfall. Ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher. Okay. Okay. Keegan, wir sind unterwegs in die Schule. Verstanden, Lieutenant. Ich nähere mich von Süden aus an. Gut, wach bleiben. Rotkehlchen, Marienkäfer, vielleicht Leseübungen oder so. Warte mal, mein Funk schwindet gerade. Ach egal, weiter. Ob der Schaden hier von einer Explosion oder einer Schießerei stammt? Wahrscheinlich beides. Armecam, hier sind wir richtig. Oh, Mist! Kustelt, sicher bin ich. Oh, mach ein. Posteln ist, dass sich die Verwundung an! Regeln. Wunder, wie sie reagieren! Wunder, wie sie reagieren. Gute, die sie haben. Sie haben sie sich nicht in der Hand. Das war's für heute. Backit, hörst du mich? Ich weiß nicht, was eben passiert ist. Ich muss kurz weg gewesen sein. Als ich aufsah, warst du weg. Ich schwöre eben, war hier noch eine Tür. Ich werde zurückgehen und einen Weg hineinsuchen. Das war's für heute. 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 Roger. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020